Mein Name ist Johanna Schwetz-Würth, ich sitze hier in meiner Praxis im 7. Bezirk in Wien. Ich bin Psychotherapeutin seit vielen, vielen Jahren und habe mich sehr rasch nach meiner Grundausbildung für Psychotrauma spezialisiert und habe da diverseste Weiterbildungen gemacht, weil das sozusagen in der Grundausbildung für Psychotherapeuten nicht abgedeckt ist. Und bin mittlerweile niedergelassen in der Praxis tätig und zu einem Großteil arbeite ich mit Menschen, die an Traumafolge erkranken, so nennen wir das, also die an Schwierigkeiten leiden, die irgendetwas irgendwann einmal mit einem Trauma zu tun haben, die habe ich zu einem großen Teil bei mir in der Praxis. Und zum anderen bin ich Lehrtherapeutin für systemische Familientherapie, darf da auch Kolleginnen ausbilden, was mir eine große Freude ist und bin Supervisorin in der Ausbildung für neue Traumatherapeutinnen. Insofern und unterrichte auch Trauma häufig und sehr viel und vor allem auch sehr gerne, weil ich es für ein ganz wichtiges Thema halte und weil dadurch, dass Trauma so ein Begriff ist, der permanent irgendwie herum ist, ist es gerade, dass ich so sage, cool traumatisiert zu sein. Also das ist, was man sich schnell umhängt oder das, was einem schnell zugeschrieben wird. Und ich mag es gern, das sozusagen runterzuholen und zu sagen, was ist denn das eigentlich? Also wie verwenden wir es denn wissenschaftlich, diesen Begriff? Was bedeutet das denn? Und was ist wichtig zu verstehen? Warum funktionieren oft Gesprächstherapien oder ähnliches bei Menschen, die an Traumafolgeerkrankungen leiden, nicht oder nicht so gut. Und dazu muss man ein bisschen was darüber wissen, wie Trauma, welche Auswirkungen Trauma im Hirn und in der Verarbeitung macht. Und ich habe jetzt diese nächste Stunde oder so vorbereitet, dass ich Ihnen gerne etwas über Trauma erzählen möchte, was Trauma ist, was Trauma im Hirn macht und Ihnen so ein paar Ideen gebe, was mit Menschen sein kann, die schlimmes durchgemacht haben. Was ist ein Trauma? Ein Trauma ist überwältigend, lebensgefährlich, über alle Maßen erschreckend. Etwas, das man eigentlich nicht verkraften kann. Da steckt jetzt schon alles drin. Ein Erlebnis außerhalb dessen, was der Mensch sonst kennt. Verbunden mit der Überzeugung, dass man es nie verwindet. Das ist so schlimm, dass man nachher denkt, das könnte nicht passiert sein, das ist gar nicht wahr. Mit enormen seelischen und oder körperlichen Schmerzen verbunden. Etwas, das von unserem Gehirn, und das ist wichtig, aufgesplittert oder ganz verdrängt wird. Das ist sozusagen eine Beschreibung von dem, was Trauma ist. Genauer definiert, und ich mag den Schreifer nun sehr gerne, weil er eigentlich schon im ganzen Bild das ausdrückt. Es ist dieser namenlose Schrecken, um den es eigentlich geht, der Trauma bedeutet. Was ist ein Trauma? Wenn Menschen plötzlich und unvorbereitet einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sind, es keine Hilfe gibt und kein Kampf und kein Fluch möglich ist. Und wichtig ist, dass existenzielle Bedrohung etwas rein Subjektives ist. Das kann für den einen Menschen ein Autounfall sein, für den anderen Menschen kann es ein Überfall sein, für den dritten Menschen kann es eine Lawine sein, für den vierten Menschen kann es der Tod eines geliebten Menschen sein. Das ist ganz unterschiedlich und das ist wirklich ganz persönlich. Wichtig ist, damit sozusagen das Trauma ein Trauma ist, dass niemand in dem Moment helfen konnte und dass man vor allem nicht weggekommen ist. Weil dann, wenn es keine Hilfe gab, aber wenn Flucht oder Kampf nicht möglich waren, dann passiert etwas in uns. Dann bekommen wir automatisch, ohne dass wir etwas dafür tun, massive intensive Gefühle von Furcht, vor allem aber von Hilflosigkeit und Ohnmacht und Entsetzen. Und diese Gefühle von Furcht, Hilflosigkeit und Ohnmacht sind die, die eigentlich dann die schlimmen Folgen machen, weil wir Menschen Ohnmacht so schlecht aushalten. Das ist eigentlich das schlimmste Gefühl, das es gibt. Und was passiert ist, dass die Stresssysteme unseres Organismus, ich mache das nachher noch ein bisschen detaillierter, aber so mal so im Überblick, die werden maximal aktiviert, damit man sozusagen so Situationen vielleicht auch noch rauskommt und dann völlig überfordert, weil man es eben nicht schafft. Das heißt, Trauma ist eine Stresserkrankung. Trauma ist eine Hochstresserkrankung und das macht es manchmal auch schon ein bisschen besser, es so zu denken. Da geht es darum, dass der Körper Hochstress hat. Und diesen Hochstress erstarrt erstmal der Körper und wird von Hormonen überflutet. Kann sich gar nicht mehr wehren, kann sich gar nicht mehr bewegen. Und die beste Möglichkeit, die die Evolution für uns bereitgestellt hat, damit man so ein schreckliches Erlebnis verkraftet, ist das, was wir in der Traumasprache Unterwerfung oder Submit nennen. Da werden nämlich die Wahrnehmungen der Gefühle des eigenen Körpers und der Außenwelt abgeschaltet. Dissoziative Reaktion nennen wir das. Das Wort Dissoziation ist Ihnen vielleicht schon mal untergekommen. Und zwar nicht bewusst, sondern unbewusst. Wir können überhaupt nichts dagegen tun. Es schaltet ab aus. Und zwar, um uns zu helfen und um uns zu schützen. Das heißt aber leider auch, und das ist für später oder für mich als Therapeutin dann wichtig, dass alles, was in der Situation und Informationen da ist, sich nie zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Da gibt es keine gesamte Erinnerung. Aha, ich bin ins Auto gestiegen, dann ist das Auto losgefahren, dann war ich auf der Autobahn, dann ist mir der Geisterfahrer entgegengekommen und dann gab es diesen Unfall und dann kam die Rettung und dann hat sie mich gerettet und macht es vorbei. Dann wäre es kein Trauma. Sondern ein Trauma könnte so gesplittert sein, Scheinwerfer, Sirene des Rettungswagen, Schmerz. Unzusammenhängend, überfordert. Und das führt zur Traumatisierung oder zu einer Traumafolge. Erkrankung, dazu sage ich noch was. Das ist jetzt sozusagen etwas Einmaliges. Und das ist schon schlimm genug, wenn einem Menschen einmal so etwas Furchtbares passiert. Und man sagt so ungefähr, wenn das Trauma halt, wenn die Situation nicht zu schlimm war, soweit man es von Trauma sagen kann, und der Mensch sozusagen psychisch ganz gut aufgestellt ist und so ein gutes Umfeld hat und genug Ressourcen hat, dann kann man einen Traumaturer selber verarbeiten. Und das die meisten Menschen schaffen, das dauert ungefähr ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, indem man immer wieder dieses Erlebnis nochmal erlebt, dass nochmal wiederkommt, man schlecht schläft, schlecht träumt, man sich ein bisschen wie abgeschaltet fühlt. Und dann kommt sozusagen die Normalität zurück und in ungefähr einem halben Jahr könnte man das geschafft haben oder kann das Hirn das verarbeiten. Wenn es einmal ist. Und nicht zu oft und vor allem nicht zu früh, aber das sage ich noch. Aber womit die meisten Menschen, auch die meisten Menschen, die bei mir in der Praxis landen, zu tun haben, ist nicht, dass einmal etwas passiert ist, sondern dass sehr oft etwas passiert ist. Und das nennen wir eine sogenannte komplexe Traumatisierung. Das gebe ich jetzt auch noch rein. Und das sind dramatisierende Erfahrungen, wie dann vor allem Gewalt, sexualisierte Gewalt oder auch Vernachlässigung, die oft, also wiederholt, die über einen längeren Zeitraum auftreten und die typischerweise von nahen Angehörigen oder Bezugspersonen begangen werden. Und das ist viel, 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 viel schlechter auszuhalten und viel, viel schlechter selber zu verarbeiten. Vor allem, je früher es passiert, desto schlimmere Folgen zieht das nach sich. In den nächsten drei Folien mag ich gern ein bisschen erkennen, was passiert, weil das macht so klar, warum Trauma solche Folgen haben kann. Hier einmal durchgeschnitten und dann sehen Sie hier sozusagen, wir haben ja das Stammhirn, das sozusagen vom Rückenmark rauskommt, wird auch oft das Reptilienhirn genannt, der Hirnstamm. Der ist einfach sozusagen zuständig für die Regulierung des Körpergleichgewichts, dass das Herz schlägt, dass wir atmen, dass wir verdauen für all diese Dinge. Dann das sogenannte limbische System, das da in der Mitte liegt und so ein bisschen da oben drüber über dem Hirnstamm. Und das limbische System ist ganz wichtig für die Balance zwischen innerer und äußerer Welt. Hier entstehen auch Angst, hier gehört Wut hin, hier gehört unser emotionales und affektives Gedächtnis hin, das wird uns noch sehr beschäftigen. Und hier gibt es, da steht es schon, da gibt es den sogenannten Mandelkern, der wird nachher noch sehr wichtig sein, weil der wird im Traumarkt. Und oben drüber haben wir das Großhirn, den Neokortex und der ist sozusagen unser Tool fürs tägliche Leben, der die Signale der Außenwelt analysiert und wahrnimmt und bewertet und interagiert und klar nachdenkt und Strategien entwirft und ähnliches. Und in guten und normalen Zeiten ist es auch so, dass das Reptilienhirn unbehindert und unbemerkt seine Arbeit macht, das limbische System und der Neokortex sich aber permanent austauschen. Gefühle und Überlegungen permanent im Austausch tauschen Daten aus, um das Leben gut zu bewerkstelligen. Und wenn das so ist, wenn da dieser Austausch zwischen unserem Gefühlshirn und dem Denkhirn sozusagen sehr verkürzt formuliert funktioniert, dann reagiert der Mensch situationsadäquat, also ich merke, das ist meine Situation, die hat diese Gefühle, mit diesen Gefühlen mag ich jetzt das machen, das möchte ich sagen, das möchte ich tun und man kann sozusagen situationsadäquat agieren. Und so ist auch Lernen notwendig, denn für das Lernen brauchen wir diese Interaktion zwischen limbischem System und Neokortex. So war das in unserem Normalzustand, in dem wir jetzt, wir alle hoffentlich gerade sind. Dann können wir Gefühle wahrnehmen, wir können sie benennen, wir können was damit tun, wir können klar entscheiden, was wir jetzt machen wollen, was uns gut tut und was uns weniger gut tut. So, ja, aber was ist jetzt denn in einer traumatischen Situation? In einer traumatischen Situation, ein bisschen eine andere Ansicht vom Hirn, da wird jetzt die Amygdala extrem wichtig. Weil, bleiben wir bei meinem Autounfall, den ich vorher da genannt habe, wenn mir da dieser Geisterfahrer entgegenkommt und ich merke, ich habe keine Chance mehr zum Ausweichen, dann schaltet sich blitzartig, ohne dass ich irgendwas tun kann, der Neokortex, also das Großhirn sozusagen, ab. Und zwar, weil die Amygdala, die wir da unten drinnen haben, die Amygdala ist das Alarmzentrum. Man kann sich vorstellen, die Amygdala ist wie der Feuermelder, der die ganze Zeit alles um mich herum scannt, ist das gefährlich oder ist das nicht gefährlich. Und in dem Moment, wo die Amygdala meint, gefährlich, setzt sie eben diese Stressreaktion in Gang, die ich Ihnen jetzt beschreibe. Und der erste Schritt der Stressreaktion ist, das Großhirn wird runtergefahren, weil es ist viel zu langsam. Das heißt, in der Situation, wo mir der Scheinwerfer gegenüberkommt, da jetzt nachzudenken, was ist denn das für ein Auto? Und was mache ich jetzt am besten? Und was wären jetzt die Vorteile von der Strategie? Und was wären die Vorteile von der Strategie? Dauert viel zu lange, da bin ich schon tot. Das heißt, es wird zurückgefahren auf andere Strukturen. Das limbische System überflutet sich mit Stresshormonen. Der Hippocampus, das ist ein Teil, Sie sehen es da eh beschrieben, das ist das grüne Teil innen, das ist unser Archivar, der sozusagen unsere Geschichte schreibt, wird deaktiviert. Das heißt, der schreibt nicht mit. Das ist wichtig nachher für die Verarbeitung. Es gibt keinen Zugriff auf kluge Lösungen, auf das Brokersprechzentrum. Das Brokersprechzentrum liegt im Präfrontalkortex, vorne, und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie sehr erschrecken, dann bleibt einem die Sprache weg. Und das ist genau, das kennen wir auch aus normalen Erschrecksituationen, und es ist genauso ein Signal dafür, dass der präfrontale Kortex erstmal kurzfristig aus Effizienzgründen abgeschaltet wird. Das heißt, da gibt es tatsächlich, und bei schlimmen Trauma auch für eine längere Zeit, Sprachlosigkeit. Das heißt aber auch für später, dass es keine Worte gibt für das, was einem da passiert ist. Und das ist wieder für die Aufarbeitungsschwitz. Also keinen Zugriff auf die klugen Lösungen, sondern es gibt diesen Rückgriff, und das kennen Sie alle, auf die archaischen Notfallprogramme des Hirnstamms. Und die sind im Hirnstamm einfach angelegt. Gott sei Dank. Nämlich erstmal entsetzen, und dann Menschen sind Prinzipiell Fluchttiere. Zuerst Anspannung im Körper, alles aktiviert sind, komme ich aus der Situation raus. Das heißt, kann ich flüchten? Wenn ich nicht flüchten kann, dann schauen kann ich kämpfen. Das macht der Körper ganz automatisch, und erst wenn das nicht funktioniert, passiert das, was wir erstarrern. Nämlich dieser Todstellreflex. Dieser Todstellreflex in der Hoffnung, dass, und da sind wir jetzt sehr, sehr in der Evolution hinten, viel zitiert der Säbelzahntiger, mich nicht fressen möchte, wenn ich erstarre, weil ich dann tot bin. Oder vielleicht merkt, ich bin tot, und vielleicht seine Kinder holen geht, fürs Essen, und wenn der weg ist, habe ich meine Anspannung im Körper, und ich kann losstarten. Und kommt vielleicht doch nicht weg. Und erst wenn das nicht geht, ist der letzte Schritt, der heißt Unterwerfung oder Dissoziation, wo es dann in ein Erschlaffen von allen Luftlinien geht, und eigentlich klingt das furchtbar, aber so ist es, eigentlich in einer Vorbereitung aufs Sterben. Dann hat da ein Organismus gesagt, okay, das war's, schaltet alle, schaltet das Schmerzempfinden runter, um das ausreichbarer zu machen. Also diese Programme laufen dann, auch wenn ich im Auto sitze und auf der Autobahn unterwegs bin. Ja. Die Amygdala, das habe ich eh vorher schon gesagt, die verarbeitet die ganze Zeit externe Impulse und leitet diese vegetativen Reaktionen ein. Und die Amygdala hat, im Gegensatz zu unserem normalen Gedächtnis, speichert sie die Situation nur mit diesem Wahrnehmungsspitter, wie ich es vorher schon gesagt habe. Da die Scheinwerfer, da der Schmerz, da die Sirene und ähnliches. Und die sind da drinnen gespeichert, aber die haben keine Zeit, die haben keinen Ort. Die liegen da drinnen. Die sind, wir nennen das zeitlos und triggerbar. Und in dem Moment, wo so ein Trigger kommt, fühlt man sich in dem Moment wie in die Vergangenheit zurückversetzt und das fühlt sich an wie jetzt. Ich habe längere Zeit mit einem Mann gearbeitet, bei mir in der Praxis. Der hat seine Frau zu Hause gefunden nach einem Hirnschlag. Die ist schon ziemlich lange, also glaube ich einige Stunden, zu Hause gelegen, war nicht zu Hause, hat sie gefunden. Und er hat dann die Rettung gerufen. Und das war natürlich mit ganz, ganz viel Entsetzen und Panik verbunden. Schaffen die das, dass die Frau rechtzeitig ins Spital kommt, schaffen sie das, dass die sozusagen keine bleibenden Folgen hat, geht sich das alles aus. Ist sich ausgegangen, aber sie hatte noch zwei weitere Hinschläge und musste jedes Mal die Rettung holen und ähnliches. Und der hatte die Schwierigkeit, dass jedes Mal, wenn er eine Rettungssirene gehört hat, auch Jahre später, wo es seiner Frau wirklich schon gut gegangen ist und es war auch alles gut, der absolut erstarrt ist, sich nicht mehr rühren konnte, den Herzschlag bis hier hatte und für zehn Minuten nichts tun konnte und in völliger Panik war. Obwohl er gewusst hat, der Frau geht es gut, es ist alles in Ordnung, aber in ihm ein Teil, der Amygdala, hat es noch nicht gewusst. Das meinen wir mit zeitlos und triggert. Sowas behandeln wir dann in der Therapie. Und dann ist es wichtig zu wissen, hey, das ist weder, weil mit Ihnen irgendwas komisch ist, noch sind Sie irgendwie krank, sondern das ist eine ganz normale Reaktion. Ihre Amygdala hat gelernt, Rettungssirene heißt Gefahr und daher schießt sie jetzt jedes Mal Gefahr. Und was wir machen müssen, ist, wir müssen jetzt ein bisschen beeinfacht ihre Amygdala erklären, es ist gut, es ist sicher, es ist vorbei. Und wenn das sozusagen in dem Teil angekommen ist, dann ist es gut. Wir sprechen in der Traumatherapie daher von zwei verschiedenen Arten von Gedächtnis. Wir sprechen von einem heißen Gedächtnis und einem kalten Gedächtnis, einem kühlen Speicher und einem heißen Speicher. Der kühle Speicher, der sitzt im Hippocampus, das ist der, den wir hoffentlich alle die nächste Zeit unseres Lebens benutzen. Wenn wir, wenn ich Sie jetzt frage, was haben Sie heute den ganzen Tag gemacht, dann werden Sie mir das wahrscheinlich erzählen können. Was haben Sie heute zum Frühstück gegessen? Was haben Sie gemacht nach dem Aufstehen? Dann kann man Geschichten erzählen. Der andere Speicher ist der heiße Speicher. Im kühlen Speicher weiß ich, die Information, die ich erzähle, die hat was mit mir zu tun. Ich kann erzählen, dass ich heute in der Früh aufgestanden bin und einen ziemlichen Hunger gehabt habe und mich wahnsinnig auf meinen Frühstück gefreut habe und mir lange überlegt habe, esse ich jetzt ein Müsli oder esse ich jetzt ein anderes und ich kann das sozusagen erzählen, dass es mit mir zu tun hat. Ich kann es als, das war zuerst, das war danach und das war danach erzählen. Zuerst habe ich den Tee gemacht, dann habe ich meinen Müsli gemacht, dann habe ich noch einen Kaffee getrunken. Ich kann es raumzeitlich verorten, nämlich das war heute in der Früh um halb sieben und bei mir zu Hause in der Küche. Und es ist eine Geschichte, es ist ein Narrativ. Es hat ein Anfang, ein Ende und es ist semantisch, das heißt, es hat einen Sinn. Und so ist Information, wenn sie im kühlen Speicher ist. So können wir, die ist moderat und moderiert, nennen wir das, mit der können wir umgehen, die tut uns nichts, unter Anführungszeichen. Die Information im heißen Speicher, das ist ganz anders. Die ist, und ich bleibe wieder bei meinen Scheinwerfern und bei meiner Sirene und bei meinem Schmerz. Die ist nicht zusammenhängend, da gibt es kein Dazwischen, keine Geschichte, die ist fragmentarisch, da habe ich nur einen Eindruck, aber nichts dazu. Und die fühlt sich an, wenn ich in Kontakt damit bin, wie als wäre sie immer jetzt da. Ich kann die nicht, obwohl ich es vielleicht im Kopf weiß, aber gefühlsmäßig, kann ich sie nicht raumzeitlich einordnen. Und sie ist sprachlos und sie hat keinen Sinn. Und das macht sie schwierig. Und sie ist sozusagen, wir nennen das Imperativ, also sie drängt sich von selber auf und sie ist ganz leicht wieder. Und wenn sie jetzt schon mal mit Menschen zu tun hatten, die in Zustände hineinkommen, die wir vielleicht einen Flashback nennen oder die wir eine Überflutung nennen, dann werden sie das kennen, vielleicht auch von sich selber, vielleicht auch von Angehörigen, dass Menschen in solche imperative Zustände geraten, wo so viel Gefühl gerade da ist oder so viel Schreckliches und das hat eigentlich mit der Umgebung außen ganz wenig zu tun. Und dann ist der heiße Speicher aktiv. Und die Schwierigkeit, wenn der heiße Speicher aktiv ist, das habe ich vorher schon gesagt, ist, dass das Brokerareal, das Sprechzentrum, abgeschaltet ist. Das heißt, wir tendieren dazu natürlich, dann diese Menschen beruhigen zu wollen, sagen, komm, schau doch, ist doch alles gut und ist doch alles in Ordnung. Aber die können in dem Moment gar nichts zuhören. Und es ist so, die sind so in diesem Gefühl gefangen und überschwemmt, dass die Beziehung nach außen sehr, sehr schwierig ist. Das heißt auch, wenn Menschen an einer Traumafolge-Erkrankung leiden, das heißt, das Trauma sich nicht selber verarbeiten konnte, dann sind folgende Symptome typisch. Also wir haben drei verschiedene, die immer auftreten. Das eine nennen wir Intrusionen. Das heißt, ohne dass man was dazu tut und ohne dass man es will, heftige Rückerinnerungen da sind. Die können, es können Körpererinnerungen sein, es kann einfach Schmerz sein, der da ist, es kann Emotionen sein, es können Bilder sein, die sich aufträumen oder auch Albträume in der Nacht. Das ist das Erste. Das Zweite heißt Konstriktion, dass man sozusagen, man automatisch, so wirklich aus dem Instinkt heraus, möchte man alles, alles, alles vermeiden, was mit der Situation zu tun hat, die einen traumatisiert hat. Also, um bei meinem Autounfall zu bleiben, könnte dieser Mensch dann entscheiden, sicherlich nie wieder in ein Auto zu steigen. Sicherlich nicht. Und schon gar nicht auf die Autobahn zu fahren. Das gehört auch dazu. Und das Dritte ist auf der körperlichen Ebene, dass Menschen, die Trauma einlitten haben, sowas wie eine Übererregung erleben. Das ist ein Zittern, Sie erleben Schweißausbrüche, Herzklopfen, einen erhöhten Puls, Kopfschmerzen, also ein angetriebenes, ein agitiert sein, dass sie nicht zuordnen können. Also da steckt noch ganz viel im Körper drinnen, was ich noch abarbeiten möchte. Und jetzt ist wichtig zu sehen, dass das keine Symptome einer Krankheit sind, sondern das sind Symptome, das Selbstheilen. Weil, was macht unser Hirn? Unser Hirn sagt, das ist passiert, geh da nicht mehr hin und holt den Stress aus dem Körper raus. Und in der normalen Traumaverarbeitung, wenn das sozusagen sich von selber arbeitet, dann wechselt sich das ab. Dann gibt es einmal Intrusion und viel Gefühl, sehr unangenehm. Dann geht man wieder innerlich weg davon und möchte gar nichts damit zu tun haben. Dann kommt wieder eine Intrusion. Dann geht man wieder weg dazu und dazwischen arbeitet der Körper und das wird leichter und leichter und leichter und leichter. Das ist Selbstheilung. Das ist keine Krankheit. Und das ist so wichtig, dass Menschen das auch verstehen, Angehörige wie Betroffene, dass das, was sie hier haben, eine völlig normale Situation, eine völlig normale Reaktion auf eine schlimme und außergewöhnliche Situation ist. Keine Krankheit, sondern ein Heilungssyndrom. Manchmal macht schon diese Umformulierung und dieses Erklären, was da eigentlich gerade los ist mit den Leuten, macht schon so viel an, ach, okay, ich bin nicht verrückt. Was ich da habe, haben alle Menschen, die Schlimmes erlebt haben. Das ist normal und gehört mit dazu. Gibt es an der Stelle schon mal Fragen? Ich frage mal kurz rein oder soll ich einfach erst mal weiterreden? Hat jemand eine Frage dazu? Schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus, genau. Rede ich einfach mal weiter. Falls Sie sich niedergeredet fühlen, geben Sie Bescheid. Okay. Je nachdem, was für eine Art von Trauma man Menschen erleiden, haben Sie unterschiedliche Folgen. Genau, das habe ich jetzt vergessen. Je nach Schwere des Traumas kannst du dir die eigene Verarbeitung zwischen vier Wochen und einem halben Jahr da müssen wir forschen. Wir unterscheiden, oder es ist ganz sinnvoll, zu unterscheiden, auch von der Tragweite dessen, was Trauma auslösen kann, kann man drei verschiedene Arten von Trauma das unterscheiden. Das eine ist das, was ich am Anfang, das ist das Schocktrauma. Das ist so ein einmaliges Hochstress-Erlebnis. Das wäre so mein Autorenfall. Da gibt es eine Gefahr im Außen und es gibt einen psychologischen Crash. Dieses einmal Hochstress-Erlebnis, das in den allermeisten Fällen Menschen ganz alleine verarbeiten können. Das dauert, das ist unangenehm. Meistens reicht es da, zu erklären, was mit den Leuten los ist und das verarbeitet sich sozusagen nicht. Die nächst schlimmere Form könnte man Beziehungstrauma nennen. Und Beziehungstrauma heißt, dass es zusätzlich zu, vielleicht noch nicht mehr einmaligen, sondern mehrmaligen Hochstress-Ereignissen, dass die Traumatisierung, also das Hochstress-Erlebnis, nicht von einem anderen Auto ausgeht oder von einer Lawine, sondern dass sie von einem Menschen ausgeht, der wichtig ist in meinem Leben. Von einer Bezugsperson, von einem Partner, einer Partnerin, jemand anderen. Und dass es Verbundenheit und Abhängigkeit gibt. Und wenn das zusätzlich passiert, dann kann man sich vorstellen, dass das noch auf einer ganz anderen Ebene Ausgüttungen hat. Dass das nämlich was mit meiner Identität auch schon tun kann, wenn der Mensch, der mir wichtig ist, mein Vater, meine Mutter, mein Partner, meine Partnerin, plötzlich Dinge tut, die fürchterlich sind für mich, dann gibt es da Fragen, ob das Konzept meines Lebens überhaupt richtig war, was es mit mir zu tun hat, was mit mir los ist. Hat viel schlimmere Folgen, ist auch schwieriger zu verarbeiten. Und das Schlimmste ist sozusagen ein Entwicklungstraum, wenn es da zu all dem zusätzlich noch die Traumatisierung von einer Bindungsperson ausgeht, also in der Kindheit passiert, wo es auch Abhängigkeit gibt. Und das sehr früh passiert, weil dann, kann man sich glaube ich vorstellen, die Entwicklung der Persönlichkeit gefährdet ist. Oder sich zumindest verändert. Und weil sich auch die Gehirnentwicklung verändert. Es gibt Untersuchungen, die ich ganz schlimm finde. Sie haben Kinder aus Kriegsgebieten oder auch Kinder, die nachweislich schwer traumatisieren, auch durch Gewalt in der Familie. Sie haben die Gehirne dieser Kinder im Scan untersucht und sich die größten Verhältnisse angeschaut zu Kindern, die unter normalen Verhältnissen aufwachsen. Und die Amygdalas von den Kindern, die schon viel Trauma erlebt haben, waren größer. Und der Hippocampus, der sozusagen zuständig ist für die Einordnung, für die Geschichte der Wackleiten. Also man sieht sogar, auch wie das Gehirn sich aufbaut, das Trauma folgen hat. Und daher auch, wie sich diese Kinder ganz anders entwickeln. Symptome, die habe ich eigentlich schon gesagt, die muss ich jetzt nicht mehr wiederholen. Die Erinnerungsstücken gehören auch dazu, die Übererregung von der posttraumatischen Belastungsstörung. Aber ich wollte Ihnen noch ein bisschen was oder etwas genauer zu dem sagen, was Menschen erleiden, wenn sie komplex traumatisiert sind. Das heißt, wenn sie das öfters und länger erleben. Weil dann gibt es eben auch Störungen im Bereich der Affekte, des Gefühls, des Selbstbildes und der Beziehungsfunktion. Das war das, was die Kollegin vorher auch gerade schon angesprochen hat. Das heißt, Menschen, die öfter und früh traumatisiert worden sind, haben Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu regulieren. Erleben immer wieder emotionale Betäubung, haben aber auch eine stark herabgesetzte Fähigkeit, positive Emotionen zu geben. Also wirklich Schwierigkeiten, gute, stabile Gefühle zu haben und nicht im Negativen beholt zu werden. Menschen, die früh und viel Schlimmes erleben mussten, entwickeln ein negatives Selbstkonzept. Die entwickeln die Überzeugungen, dass sie nichts wert sind, dass sie minderwertig sind, dass sie eh ungeliebt sind, dass sie eh zu nichts gebrauchen sind. Und da gibt es so ein ganz tiefgreifendes und andauerndes Gefühl von Schuld und Scham, das sich so ganz selbstverständlich anfühlt, weil diese Menschen oft mit diesen Gefühlen schon groß wurden und sich gar nicht erinnern können, dass sie mal anders über sich gedacht haben. Und, das hat die Kollegin vorher angesprochen, Menschen, die früh und vor allem lang und öfters traumatisiert worden sind, haben anhaltende Schwierigkeiten, emotionale Beziehungen aufrecht zu erhalten. und sie tendieren eher dazu, Beziehungen und soziale Interaktionen zu vermeiden, weil es sicherer ist, wenn ich nicht mit Menschen zusammengehe. Was ich Ihnen nämlich gerne erzählen möchte, oder was mir sehr geholfen hat, um das klar zu kriegen, ist, was unterschiedliche Arten von Traumatisierung machen. Und da gibt es dieses Bild des Baums, das mir sehr gut gefällt. Und wenn Sie sich vorstellen, so einen großen Baum, und da passiert, und Sie sehen im zweiten Kastel, sozusagen eine Linie von 0 bis 99, also Geburt bis sozusagen Tod, und der schwarze Punkt bedeutet, da ist einmal was passiert. Da ist einmal was Traumatisches passiert. Und wenn einmal was Traumatisches passiert ist, kann man sich das im Bild des Baums so vorstellen, wie wenn ein großer Ast abgehakt wird. Und ich finde, das macht es dann ganz klar, weil ein großer Baum, wenn es ein großer Ast ist, der abgehakt wird, der fällt nicht um. Sondern der steht weiterhin, der hat seine Wurzeln, der hat einen dicken Stamm, der hat andere Zweige, die da sind, der kompensiert das problemlos, oder relativ problemlos, dass ihm da ein Ast abgehakt worden ist. Und in Form von, hier drüben sehen Sie, in Form von den Netzwerken, könnte man sagen, da gibt es die oberen, sind sozusagen die Ressourcennetzwerke, da gibt es ganz viel Erinnerungen oder Ideen von Kraft und Beziehung. Da gibt es viele Menschen, die gut tun. Da ist viel an Ressourcen da. Und dann passiert einmal was Schlimmes, und das kann man, das ist das untere, das ist ein bisschen nach unten. Dann gibt es ein ganz kleines Traumatisches. Sie können sich, das sieht man schon, irgendwie das ist gut alleine zu bewältigen oder braucht nicht viel Unterstützung, um sowas gut bewältigen zu können. Wir nennen das ein Monotraum. So, und wenn jetzt aber öfter was passiert, aber vielleicht unterschiedlich ist, dann, wo ist man, da ist es. Dann ist vielleicht einmal ein Autounfall passiert, dann ist ein anderes Mal, ich sage mal, ein schlimmes Erlebnis, dann musste man ins Krankenhaus und war länger dort als Kind. oder man hat eine schlimme Ehekrise gehabt oder es sind unterschiedliche Dinge, es passiert dir aber nichts miteinander zu tun. nennen wir einen Multitraum. Dann kann man sich das schon wieder so vorstellen, als wären von diesem großen Baum drei Zweige abgehackt oder mehrere. Dann hat der Baum immer noch gute Wurzeln und immer noch ein, zwei, drei funktionierende, starke Zweige, aber es ist schon beträchtlich was weg. Trotzdem steht der Baum nicht. Und das Bild macht auch klar, der Baum wird nicht unfall. Und gleichzeitig ist es schon ganz schön mitgenommen, unter Anführungszeichen. Wir haben immer noch ein recht großes Ressourcennetzwerk im Hirn, wo wir viel zurückgreifen können in der Beratung, im Gespräch mit Freundinnen. Da ist viel da. Natürlich auch in der Therapie. Aber es gibt schon mehrere Problemnetzwerke, die da sind und die einschränkend sein können. So. Das ist die eine Art von Traumatisierung, aber Kann ich etwas dazwischen fragen? Ja, gerne. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kind über Jahre hinweg misshandelt wird, also immer dieselbe Misshandlung, ist das ein Monotrauma oder ein Multitrauma? Sie nehmen mir meine nächste Folie vorweg. Es ist nämlich weder das eine, sondern es ist das, wo ich jetzt gleich hinkomme. Und die Frage ist gut, dass Sie die jetzt hineinbringen, weil es ist wirklich was anderes. Sie haben vollkommen recht. Wir sprechen von sequentieller Traumatisierung, wenn das Gleiche über dem Alter von acht passiert ist. Ach, deshalb hat es mit der Gehirnentwicklung zu tun. Da ist der Hippocampus schon in einer gewissen Art und Weise ausgereift. Da können Menschen Schwieriges anders verarbeiten als davor. Wir sprechen also von sequentieller Traumatisierung, wenn, keine Ahnung, ab dem Alter von acht sexueller Missbrauch zum Beispiel oder sexuelle Traumatisierung stattgefunden hat und das vielleicht lang. Dann ist oft viel dasselbe passiert. Und das ist, dann kommt das Bild vom Baum einem ziemlich nahe. Mir zumindest, dann ist es schon so, als wäre diesem Baum die ganze Krone gekappt. Und dann kann man sich auch vorstellen, da sprechen wir von einer komplexen Traumatisierung, da ist wirklich ein Eingriff in die Persönlichkeit passiert, der auch ganz andere Auswirkungen hat im Laufe des Lebens dieser Person. Da ist bereits das Trauma-Netzwerk im Hirn mindestens gleich groß, wenn nicht sogar schon ein bisschen stärker, ein bisschen dunkler als das Ressourcen-Netzwerk, als die guten Erinnerungen, als die guten, die sicheren Menschen, die sie mögen. Macht schon viel mehr Folge, Folgeprobleme, Folgeerkrankungen. Ja, aber Sie sehen, ich habe da unten noch ein leeres Feld und da wird es jetzt ganz schlimm. Das nennen wir die Entwicklungstraumatisierung. Und Entwicklungstraumatisierung bedeutet, dass bereits ab dem frühesten Lebensalter, ich arbeite mit Menschen, die bereits mit der Geburt oder auch schon also sozusagen inter- und darin traumatisiert sind, weil es massive Gewalt gab. Wenn also massive Gewalt, massive Vernachlässigung bereits vor dem Alter von acht passiert, dann kann sozusagen die Identität gar nicht zusammenwachsen, dann gibt es gar nicht einen Baum, der wächst, sondern es gibt wie kleine, getrennte Pflanzen, die, Sie sehen es eh da im Bild, die so fragil sind und nebeneinander darstellen und wenig miteinander zu tun haben. Und diese Menschen werden groß und haben sehr, sehr wenig Ressourcen, weil sie oft in einem Umfeld aufwachsen, das sehr wenig hilfreich und unterstützend sein kann. Also riesen Trauma-Netzwerk da unten und nur ein ganz kleines Ressourcennetzwerk und da ist es die Aufgabe von sozusagen betreuenden Menschen im Umfeld, Sozialarbeiterinnen, Betreuerinnen, Therapeutinnen, da erstmal langsam überhaupt Ressourcen aufzubauen, damit man da überhaupt langsam ein Gleichgewicht aufbauen kann. Die Folgen von Entwicklungstraumatisierung sind, dass sich die Persönlichkeit nicht so gut entwickeln kann. Sind, dass die neuronalen Netzwerke im Hirn, die mit Emotionen zu tun haben, mit Impulsen zu tun haben, sich nicht so entwickeln können, dass sie gut mit stärkeren Gefühlen umgehen können. Die lernen das nicht. Das heißt auch, dass diese Menschen von Kindheit an eine Schwierigkeit haben, angemessen soziale Signale von anderen zu beantworten, zu erkennen, überhaupt mit denen gut umgehen zu können. Die haben Schwierigkeiten über Situationen nachdenken zu können, was ist denn jetzt los, warum bin ich denn jetzt Mütter, was ist denn jetzt mit der Person, was macht die jetzt gerade mit mir. Das geht gar nicht, weil man sofort überschwemmt ist von den Impulsen. Das geht oft sozusagen in dem, was wir dann Persönlichkeitsstörung nennen, unter Anführungszeichen emotional instabile Persönlichkeit oder innere Strukturschwierigkeiten gibt oder Abhängigkeiten. Das heißt auch, dass das, was sozusagen in der Krankheit lehrer Persönlichkeitsstörung nennt, genannt wird, dass da oft auch Bindungstraumatisierung eine Rolle spielt. Das heißt, Traumatisierungen wie frühe Vernachlässigung, Verwahrlosung, körperliche, seelische oder vor allem sexualisierte Gewalt erklären mehr als 80% der Persönlichkeitsstörungen wie emotional instabile Persönlichkeitsstörungen, abhängige, selbst unsichere narzisstische, paranoide und auch die soziale Aktion. Da ist immer ganz viel, ganz viel Trauma drinnen. Wann kann man also oder wann muss man damit rechnen, dass ein Trauma nicht gut selbst verarbeitet werden kann, sondern dass es wirklich langfristige Schwierigkeiten macht oder diese Menschen langfristig beeinflusst? Das hat mit der Zeit und der Häufigkeit zu tun, wenn es, das Schlimme und das kann jetzt Verwalesigkeit und Gewalt nicht gesehen werden. Wenn das lange andauert, wenn es wiederholt vorkommt und vor allem wenn es unkontrolliert und plötzlich vorkommt, dann sind die Folgen, die langfristigen Folgen flitschling. Vor allem wenn es in den ersten zehn Lebensjahren passiert. Wichtig sind die Umstände der Traumatisierung. Traumatisierungen, die mit physischer und vor allem sexualisierter Gewalt zu tun haben, wo mehr Täter, Täterinnen beteiligt sind, die vielleicht auch noch sadistische Folter beinhaltet und vor allem die in einem sicheren Familienumfeld scheinbar sicheren Familienumfeld passiert, macht natürlich viel schlimmere Folgen, weil es gibt keinen Platz mehr, wo es sicher ist. Da können sich Kinder, Jugendliche nicht mehr gut entschieden. Wichtig sind auch System und Sozialfaktoren. Wir entwickeln alle schlimmere Traumafolgen, wenn wir alleingelassen werden. Also wenn das Opfer allein ist, wenn es mit niemandem sprechen kann, besonders schlimm ist, wenn es den Täter eigentlich mochte, wenn es die Tat nicht erwartet hat und vor allem auch wenn sie bagatellisiert wird von anderen. Sie merken schon, wenn sie es umdrehen, dann sind das die Faktoren, die helfen können, nämlich Menschen nicht alleine lassen, mit ihnen sprechen, ihnen glauben, für sie da sein, es ernst nehmen, dann ist das schon das Gegengewicht, das es braucht und das auch jeder leisten kann. Und dann gibt es natürlich individuelle Faktoren, wenn die Persönlichkeit noch nicht gefestigt ist, wenn es starke Dissoziation gegeben hat während der Tag, das bedeutet, dass die Tat zu schlimm war, dass die Psyche wirklich abgespalten ist und mal wie weg war. Wir kennen diese Erzählungen, wie ich bin über der Situation geschwebt und habe es nur mal von oben gesehen. Das wäre so ein Zeichen von starker Dissoziation oder auch von ich habe den Täter gesehen und dann war gar nichts mehr und aufgewacht bin ich dann vier Stunden später, keine Ahnung was dazwischen. Und wenn sich das Opfer nicht schuldig fühlt, bei der ganzen Sache. was sind die stärksten schwierige Risikofaktoren? Das haben wir schon gesagt, die Schwere des Traumens, die mangelnde Unterstützung, frühere belastende Kindheitserfahrungen, also je stabiler jemand ist, dem später was Schlimmes passiert, desto eher wird er das selber gut verarbeiten können, wenn man selber schon Schwierigkeiten hatte in seinem Aufwachsen und dann und nachher passiert was Schlimmes im Erwachsenenalter, dann macht das viel schlimmere Folgen. Sexualisierte Gewalt macht fast die schlimmsten Folgen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Schlimm finde ich geringe Intelligenz und Bildung. Es ist nicht, also ich denke immer darüber nach, warum das wohl so ist und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Menschen sozusagen, und das glaube ich der niedrige Status kommt jetzt eh auch gleich, dass Menschen mit geringerer Bildung sich weniger Hilfssysteme zur Verfügung haben, weniger Unterstützung haben und daher auch weniger Verständnis und weniger Aufrufen sind mit dem und manchmal auch in Umfeldern leben, wo Gewalt manchmal auch noch zu Tagesordnung wird. Psychiatrische Vorerkrankung ist leider auch ein Risikofaktor, wenn dann eine Traumatisierung passiert, auch wenn es ganz was anderes ist, macht das eine stärkere Traumafolgestörung und weibliches Geschlecht in versanterweise. Ich diskutiere immer viel mit Teilnehmern, das habe ich in einer Studie, womit es wohl zusammenhängt, dass wir Frauen mehr gefährdet sind, Traumafolge-Erkrankungen zu bekommen. Diskutiere ich mit ihren auch gerne. Mit meinen Kolleginnen bin ich sozusagen zu dem Schluss gekommen, dass es viel damit zu tun hat, dass viele Frauen ganz unbewusst wie noch immer sehr sozialisiert sind, in die Richtung eher ins Opfer zu gehen oder eher zu erstarren und zu werfen, als zu kämpfen und sich zu wehren dagegen. Daher wir noch eher Opfer von Traumatisierung. Und dann mache ich wieder eine Runde für Fragen auf. Wie oft kommen Traumafolge-Erkrankungen vor? Das können Sie sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Bis zu 75% der Bevölkerung in Mitteleuropa machen im Laufe ihres Lebens eine traumatische Erfahrung. Das heißt überhaupt nicht, dass sie traumatisiert sind. Das heißt nur, dass wir irgendwann einmal eine traumatische Erfahrung machen. Die meisten von uns können die selber verachsen. Bis zu 25% von diesen 75% entwickeln eine Traumafolge-Erkrankung. Das heißt ungefähr 19% der Bevölkerung entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Traumafolge-Erkrankung. Von den Untersuchungen her wissen wir, Jugendliche in den Städten in den USA, das ist ein Viertel traumatisiert. Flüchtlinge aus Kriegsgebieten sind 50%, das halte ich für schwer zu wenig. Ich glaube, das ist viel mehr. Psychiatrische Populationen sind es ein Viertel, die traumatisiert sind und Krebspatienten, weil schwere Erkrankungen natürlich auch massiv traumatisierend sein können. Da sind es 20%. Ich würde gerne noch ganz kurz was loswerden, was jetzt eh einfach noch zum Verständnis gut dazu passt, was mit Menschen los ist, die eine Traumafolge erkranken haben. Vielleicht kennen Sie das. dieses Lern- und Toleranzfenster. Ich zeige es Ihnen so. Ich habe nämlich in der Praxis so einen Regler neben, ich sitze gerade da, wo die Geltens sind, einen Regler und anhand dessen kann man das vielleicht gut zeigen. Menschen, die, also wir alle Menschen kennen das ja, dass wir mal ein bisschen angespannt sind und mal sind wir ein bisschen entspannter. Und das ist eine Skala, die geht sozusagen hinauf bis plus 10 und hinunter bis minus 10. Und 0 wäre der Platz von entspannter Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Ein Jugendlicher hat dann mir mal gesagt, perfekt gechillt. Also 0 ist perfekt gechillt. Ich bin sozusagen ganz hier, ich bin da, es geht mir okay, es ist weder angespannt noch entspannt, zu viel so. Und jetzt kennen wir uns von uns selber auch. Hinauf ist Aufregung. Ich bin immer angespannt und angespannt und kriege ein bisschen Herzklopfen und ich bin vielleicht nervös wie vor diesem Vortrag. Und das geht dann bis 5. Und bis 5 wäre sozusagen noch im normalen Rahmen. Und über 5, von 5 bis 10 hinauf, ist es dann schon so stark, mein Benzin, so ein Überrauser, so eine Übererregung, dass ich eigentlich nicht mehr klar denken kann, ich bin nur mehr ganz zittrig, wie es platzt mit der Schädel. Also sozusagen, es geht mit mir durch. Das ist Übererregung hinaus. Das Gleiche geht hinunter auch. Ich kann sozusagen als Normalo mich auch immer wieder entspannen und ein bisschen schlapper werden und schlapper und schlapper und bin nicht mehr ganz so da und bin ein bisschen einfach sehr trautschlägerig. Aber es geht auch über dieses 5 wieder hinunter in den unteren Bereich und das nennen wir Nung Wing, wenn es sozusagen ein Ausgespacedsein gibt. Wenn es eine Betäubung gibt, ich spüre kaum mehr was, ich spüre keine Schmerzen mehr, ich spüre meinen Körper nicht mehr, ich gehe sozusagen, ich kann nicht mehr klar denken, ich bin irgendwie wie weg. Minus 10 wäre dann sozusagen ganz weggetreten. Und was wichtig ist, klar zu haben, ist, und das sehen Sie hier mit dieser blauen und der roten Kurve, ist, dass in einem normalen Alltag von uns allen Menschen bewegen wir uns in diesem Fokus von plus 5 bis minus 5 immer mal wieder rauf und runter. Irgendwas ist ein bisschen aufregender und dann entspannen wir uns wieder ein bisschen und dann sind wir wieder in der Mitte und das ist so diese Kurve, die sich durch den Tag zieht. So, Menschen, die an Traumaufolgerkrankungen leiden, haben ein Problem mit ihrer Stressverarbeitung. Und das ist das, was Sie hier am Bild in diesem roten Zickzack sehen. Das heißt, Menschen, die schwer traumatisiert sind, die schießen sofort in den totalen Hyper heraus. Es geht total mit ihnen durch. Dann spannen Sie sich in die Mitte, sondern es fällt sozusagen hinunter in ein totales Ausgesessen und Sie sind eine Zeit lang gar nicht da. Dann schießt es wieder hinauf, es schießt wieder hinunter, es schießt wieder hinauf. Sie sehen das, wie diese rote Linie da durch diesen Normalbereich durchschießt. Und das ist deswegen so kritisch, weil in diesem Bereich von plus fünf bis minus fünf, das ist das, was eben das Toleranzfenster, das Lernfenster ist, das ist das Fenster, in dem wir Informationen verarbeiten können. Das heißt, in diesem Fenster können gute Gespräche stattfinden, kann Therapie stattfinden, hier lernen wir was. Das heißt aber auch, dass Menschen, die immer wieder da rauf und runter schießen, zuerst einmal lernen müssen, wie sie es überhaupt schaffen können, in diesen inneren Bereich hinein zu kommen, wie das überhaupt möglich ist. Und vielleicht wieder, wenn sie in ihrem Umfeld oder auch von sich selber das kennen, Menschen mit so überschießenden Reaktionen in beide Richtungen, da braucht es eher Orientierungsübung als gut zu reden, weil das Hirn ist nur hier offen, aber nicht da oben. Das wollte ich Ihnen noch mitgeben, weil so wichtig ist, auch zu sehen, mit wem habe ich es denn jetzt gerade zu tun und ich sitze jetzt gerade in der Praxis und greife noch nach unten hin und wenn da hier in der Praxis jemand sozusagen in einen solchen Zustand gerät, was passieren kann, dann gibt es zum Beispiel diese Egelbälle, die Sie vielleicht auch zu Hause haben, weil Arbeit am Körper einen sofort oder relativ schnell hinunterholt und weil es darum geht, dann wieder in den normalen Bereich zu kommen. Und ich wollte Ihnen noch sozusagen ein paar praktische Sachen mitgeben, ganz einfache, die man sozusagen auf solchen Übererregungen selber und die anderen rauskommen kann, weil ich diese Übungen extrem schätze, selber auch ganz viel mache und vor allem zum Einschlafen sind sie auch gut. Die Übung, die ich Ihnen gerne erzählen möchte, ist die sogenannte 5-4-3-2-1-Übung, weil wenn Menschen in diesem Übererregungszustand sind, das haben wir vorher schon gehört, dann ist das Brokerareal abgeschalten. Das heißt, mein Sprachzentrum ist weg. Und die Aufgabe ist es, damit ich wieder in diesen normalen Bereich hineinkomme, muss ich mein Brokerareal wieder einschalten. Und das geht am besten mit neutraler Wahrnehmung im Außen. Die 5-4-3-2-1-Übung ist ganz simpel, die geht so. Ich nenne, wenn ich allein bin, bin laut fünf Dinge, die ich im Außen sehe. Und zwar im ganzen Satz, das ist wichtig, das braucht das Brokerareal. Also ich würde jetzt sagen, ich sehe einen silbernen Laptop. Erster Satz. Zweiter Satz wäre, ich sehe meine weißen ausgedruckten Unterlagen vor dem Laptop stehen. Dritter Satz wäre, ich sehe ein halbes Glas Wasser auf meinem weißen Tischchen stehen. Das wären drei Sätze. Ich würde dann fünf brauchen. Und wenn ich selber sehr erregt bin, weil ich vielleicht eine schlimme Stunde gehabt habe, weil ich mit einer Glendie beschäftigt bin oder sonst ein Thema habe, dann fallen mir die Worte nicht ein. Dann möchte ich sagen, ich sitze auf einer Schlammfahrbahn mit dem Couch und dann fällt mir das Wort Couch nicht ein. Dann ist schon klar, mein Brokerareal braucht noch ein bisschen, bis es wieder einschalten wird. Fünf Dinge, die man sieht. Dann fünf Dinge, die man hört und wenn Sie jetzt mal bei sich zu Hause probieren, ins Hören gehen, dann muss man die Aufmerksamkeit in den Hörbereich stellen und das ist schon ein bisschen schwieriger als das Sehen. Und ich höre bei mir draußen gerade einen Motorradfahrer vorbei. Fahren und ich höre den Computer rauschen. Fünf Dinge, wieder den ganzen Satz und dann fünf Dinge, die man am Körper spürt. In dem Fall bitte keine Gefühle, sondern tatsächlich Körperempfindungen, wie ich spüre den Igelball in meiner Hand. Ich spüre die Fußsohle am Boden stehen. Fünf Dinge. Dann zurück zum Start. Vier Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre, vier Dinge, die ich am Körper wahrnehme. Dann drei, dann zwei, dann eins. Wenn es geht, andere, beim Hören geht es oft nicht. Und wenn man das übt und öfter macht, wird man bemerken, dass man durch diese Übung in eine Art neutrale Wahrnehmung kommt. Man kommt so in einem, das geht einem nachher nicht wunderbar gut, aber man kommt ein bisschen in einen neutraleren Zustand. Wenn Sie das kennen, so wie ich, dass man vier in der Nacht aufweicht und irgendwie da drinnen kreiselt, ein Gedanke oder ein Gefühl oder es kommt Angst oder irgendwas anderes, darf ich Ihnen diese Übung bitte wärmstens ans Herz legen, weil Sie werden ganz genau wissen, wie Ihr Schlafzimmer ausschaut, auch mit geschlossenen Augen oder im finstern Schlafzimmern, wenn Sie die Sehnteil auch mit geschlossenen Augen machen und formulieren die Sätze, ohne sie auszusprechen, aber als ein ganzer im Kopf. Ich schlafe meistens bei drei. Ich mache das gerne und viel und viel sehr wichtig. Das ist eine Möglichkeit, aus solchen Überschießungen in den Bösen rauszukommen. Das zweite, was runtersteht, was man auch nicht kann in diesem Zustand, ist ein Rechnen. Und daher ist Rechnen, so Dokus sind auch ganz wunderbar, ist Rechnen eine gute Möglichkeit, um wieder, ich sage ich, ein bisschen in die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu kommen und tausend und immer minus sieben runterrechnen, ist eine gute Übung, die ich auch in der Therapie und auch bei mir selber gerne abnehme. Oder auch andere Rechenübungen. Und dann das dritte, das kennen Sie sicher, starke Reize, wie Chili-Schoten mag ich nicht so gern, aber ich finde es angenehm, einen Eisbeutel ins Genick zu legen manchmal oder eine kalte Dusche zu nehmen oder den Egelball oder etwas Ähnliches. Ich habe so eine Apropressur-Matte, die so ein bisschen stachelig ist, die finde ich in solchen Situationen ganz angenehm. Das sind also Möglichkeiten, wie Sie, aber vielleicht auch Ihre Angehörigen, weil man, ich rechne manchmal auch mit Klienten oder wenn Klienten bei mir in solche Zustände geraten, dann sage ich, ich habe eine ganz komische Frage, was ist 85 mal 80? Und dann gibt es meistens einen irritierten Blick, dann gibt es einen Lacher und dann sagen Sie, ich kann nicht rechnen und dann sind Sie schon ein Stück weit draußen, weil dieses Rechnen müssen. da schon runtergehen. Und das Zweite, was drunter steht, sind Imaginationsübungen, das drängt hier natürlich den Rahmen, aber ich wollte es hineinschreiben, weil es ganz wunderbare, ressourcenstarke Vorstellungsübungen gibt. Da gibt es zwei Bücher, die habe ich hinten auf der Bücherliste drauf mit einer CD dabei, für Menschen, die Traumafolgeerkrankungen haben, gut für uns anderen auch, wo es darum geht, durch Vorstellungsübungen gut in Kontakt mit seinen Ressourcen, mit seinen Stärken zu kommen und wieder ins Hirte zu kommen. Das wollte ich Ihnen gerne sozusagen noch mitgeben. und was ich jetzt noch dazustellen möchte, weil ich das so wichtig finde, ist das hier, was nämlich zur Stabilisierung beiträgt, was so wichtig ist den Menschen, ganz egal, wann sie Trauma erlebt haben, was die brauchen oder was ihnen hilft, um wieder stabiler im Alltag zu sein. Stabilisierung im Außen hängt auch immer mit der psychischen Stabilisierung innen zusammen. Das heißt, das Wichtigste ist im Außen ein soziales Netz, dass es Freunde gibt, dass es Familie gibt, die ein Verständnis haben, die glauben, die da sind, die unterstützen, aber auch, dass es Institutionen gibt, die da sind, Beratungsstellen, Frauenhäuser, psychosozialer Dienst, dass Schule, Heime, Gerichte, Polizei auch sozusagen traumasensibel hinschauen und unterstützen und da sind. Das fällt alles unter soziales Netz. Das, was noch ganz wichtig ist für die Stabilisierung, ist die sogenannte äußere Sicherheit. Menschen, die zum Beispiel Opfer von Gewalt geworden sind, vor allem auch von Gewalt in nahen Beziehungen, da ist die Frage, gibt es noch einen Täterkontakt? Also gibt es noch, ist der Mensch, der die Traumatisierung durchgeführt hat, ist der noch im näheren Umfeld da? Weil wenn der noch da ist, ist, dann kann keine Stabilität passieren. Das heißt, es muss wirklich sichergestellt sein, dass es da keinen Kontakt mehr gibt. Aber auch, gibt es eine Krankenversicherung, gibt es eine gute medizinische Versorgung, hat der Mensch sozusagen ein Einkommen, kann der sein Leben finanzieren? Auch das ist total wichtig, wenn es einen Traumat gibt, dass das im Außen einfach klar ist und geregelt ist. Weil wenn es im Außen nicht sicher ist, kann man sich nicht mit der Psyche im Inneren beschäftigen, ist ganz nachvollziehbar eigentlich. Und das Dritte ist aber auch die gesellschaftliche Haltung. Wie gehen wir in der Gesellschaft mit Menschen um, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen? Während die angenommen wird, jetzt in meinem Fall, wird Trauma als etwas gesehen, das passiert, für das die Menschen keine Schuld haben, wo sie mit den Folgen kämpfen, wo sie unterstützt werden müssen, oder wird mit dem Finger auf sie gezeigt und sagt, na du hast hier etwas falsch gemacht, habe ich mit dir zu tun. Das ist natürlich destabilisierend. Und auf der psychischen Seite, also das, was jetzt ein bisschen in meinem Bereich fällt, im therapeutischen Bereich, was tut man hier für die Stabilisierung? Wir machen ganz viel Psychoedukation und Normalisierung, nennen wir das, das, was ich mit Ihnen heute gemacht habe. Ich erzähle, ich rede mir den Mundfuss in Therapien, weil ich möchte, dass Menschen verstehen. Ich möchte, dass Menschen verstehen, was mit Ihnen los ist, was für Reaktionen sie Ihnen haben, wozu die gut und wichtig sind und wie sie damit umgehen können. Also sozusagen erklären, ist eine der wichtigsten Funktionen für psychische Stabilisierung. Eine andere ist das, wo ich Ihnen jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt gezeigt habe, sind stabilisierende Übungen. Das heißt, Menschen zu ermöglichen, selber, nicht nur in der Therapie, sondern selber zu Hause für sich, Möglichkeiten zu entwickeln, wie ich mich selber in sozusagen den Zustand in der Mitte hineinbringen kann, wie ich das in mir entwickeln kann. Dann, wir haben vorher schon über die therapeutische Beziehung geredet, dass was auf der psychischen Ebene so wichtig ist, dass es nicht nur in der Therapie, aber da vor allem auch, dass es sichere Beziehungen ist. Und das Letzte ist die Auseinandersetzung mit dem Trauma. Also ich komme nicht umhin, wenn Traumatisierung geheilt werden soll, unter Anführungszeichen bitte, dass auch zum geeigneten Zeitpunkt, wenn es Außensicherheit gibt und wenn es Ihnen ein bisschen stabiler ist, es auch zu einer Auseinandersetzung mit dem kommt, was da passiert ist und was ich erleben musste, was diesen wahnsinnigen Stress in mir ausgelöst hat. Weil im Prozess der Traumabewältigung und das jetzt nur noch sozusagen ganz kurz gegen Ende, geht es darum, dass Dinge wieder zusammengeführt werden. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass Traumatisierung bedeutet, dass was aufgesplittert wird und das heißt, im Prozess der Traumabewältigung, wenn man im Zuge einer Therapie zum Beispiel wirklich in das Trauma hineingeht, dann geht es darum, die Bilder, die da sind, die Gedanken, die Selbstüberzeugungen, die dazu entstanden sind, ich bin nichts wert, ich bin schuld oder Ähnliches, die Gefühle, die da sind und das Körperleben, das da ist, sozusagen zu einer Synthese zusammenzubringen, zu einem gemeinsamen Ganzen, aus dieser Zersplitterung eins zu machen. Etwas aus dem heißen Gedächtnis, wenn Sie sich erinnern, ins kühle Gedächtnis zu bringen. Also am Ende einer guten Trauma-Integration steht etwas, steht eine innere Überzeugung von ja, das ist wirklich passiert, das habe ich mir nicht nur eingebildet, das war wirklich Realisation. Und es steht ein ja, und das ist wirklich mir passiert. Und im Kopf kann man das oft wahrnehmen, aber sozusagen im Körper und wirklich in der Psyche wahrzunehmen, das war wirklich ich, der hat das wirklich mit mir gemacht, das klar zu haben. Diese Personifikation. Und drittens, und dann ist das auch möglich, ein wirkliches Gefühl von und jetzt ist es vorbei. Und wenn diese drei Dinge geschafft sind, dann ist das Trauma belastet. Und das versuchen wir mit allem, was uns zur Verfügung steht, zu schaffen, mit den Klientinnen. Einerseits in der Therapie, aber andererseits auch in den Einrichtungen, in den WGs, überall, wo Menschen mit Traumafolgeerkrankungen leben, tun, sind, wird an diesen Dingen gearbeitet. Und das Wichtigste, das ist ein Bild, das mag ich total gern, deswegen habe ich es Ihnen am Schluss noch hineingegeben, ist das, gerade wenn es um Trauma geht, dann geht es darum, Zeit zu haben. Es geht darum, klar zu haben, das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, sondern da geht es eher darum, aus der Haupt ein Schmetterling zu machen und sich selber Zeit zu geben oder dass wir diesen Menschen Zeit geben. Ganz egal, ob ich jetzt ein Angehöriger oder ein Angehöriger bin oder eine Unterstützerin, eine Helferin. Es braucht Zeit. Damit bin ich jetzt mal am Ende von dem, was ich Ihnen erzählen sollte. Sie kriegen die Folie noch, dann können Sie auch die Bücher nachlesen, die ich Ihnen dann mehr geschrieben habe. Was wichtig ist im Traum, und der Kollege hat das jetzt, glaube ich, gut beschrieben bei dem, bei dem, bei diesem Mann, ist, da erleben wir Schlimmes, heißes Gedächtnis. Und daneben gibt es Gott dann einen funktionierenden Teil, der irgendwie den Alltag hinkriegt. So, und wenn da der Teil von mir ist, der den Alltag hinkriegt, halbwegs schlecht, und dann gibt es da diesen heißen, der vielleicht in den Albträumen hochkommt oder zwischendurch mich über... dann ist sozusagen, der gesunde Teil, genau, dann ist der gesunde Teil sagt natürlich, da soll ich hingehen, seid Sie ja wahnsinnig, ich muss doch hier meinen Alltag beschäftigen, das soll bitte weg, ja, sozusagen, liebe Helfer, Leute, ganz egal, welcher Profession, tut es das weg. Entweder gibt es mal Medikamente, dass ich das nicht spüren muss, macht es das irgendwie anders, da will ich nicht hin. so nachvollziehbar, weil man muss ja den Alltag schaffen und dann zu verstehen, dass das hier dadurch größer wird, wenn ich es weg tue oder es macht einfach Symptome auf der körperlichen Ebene oder wo auch immer, dass das sozusagen diese Abspaltung dazu gehört, dass aber Heilung, schwieriges Wort an der Stelle, immer bedeutet, ich muss da hinschauen, ganz langsam, sonst funktioniert es nicht. Und dann braucht es da die Bereitschaft, aber auch sozusagen das Umfeld dazu, um das tun zu können. Wir tendieren dazu, uns unbewusst Ähnliches zu wiederholen, wie uns widerfahren ist. Das heißt, ja, es kann durchaus sein, dass Menschen, die früh in nahen Beziehungen Schlimmes erlebt haben, dass die sich nachher, das ist gut im Grund, schwer tun, in Partner, Partnerinnen zu finden, wo es gut funktioniert oder wo man überhaupt was Vertrauensvolles aufbauen kann, weil sie sich einerseits manchmal als Partnerinnen suchen, und die ihnen wieder nicht gut tun oder weil sie sich so viel Nähe wünschen, aber wenn die Nähe da ist, dann macht das total Angst. Also ja, Beziehungsschwierigkeiten gehören dazu. Natürlich kann das sein, aber es muss nicht sein. Also das gibt einen Rückschluss machen. Es kann sein, das ist eine Hypothese. Okay. Wenn man mit den Menschen sozusagen, das wäre dann sozusagen als heute, wäre das meine Aufgabe, wenn so jemand zu mir kommt, mit dem, ich kann die Beziehung führen oder ich finde immer die Falschen, dann wäre das sozusagen im therapeutischen Gespräch wäre das gut zu machen. Angsterkrankungen, Suchterkrankungen, depressive Erkrankungen hängen oft, aber nicht immer mit traumatischen Erlebnissen zusammen. Das muss man sich dann genau anschauen. Aber es ist gut möglich. Es ist ganz oft so, dass nach schwierigen traumatischen Erlebnissen man sozusagen keine BTBS entwickelt, sondern eine schwere Depression oder eine Angsterkrankung. Das ist ganz häufig so.